Okay, was denkst du, wie lange sitzen wir hier fest? Ich rede nicht mit dir. Weißt du was? Wir sind sowas von erledigt. Ich dachte, du redest nicht mit mir. Ihr zwei, mitkommen. Meldet euch bei der Abfallentsorgung. Hey, Jungs. Ich bin B127. Ich tüftel noch an Spitznamen rum und am meisten fühle ich gerade Bad Asetron. Nur halt cool ausgesprochen. Bad Asetron. Wir nennen dich einfach, Bi. Ich weiß, wir sind nur einfache Arbeiterbots, die sich nicht mal transformieren können. Willst du nicht sehen, was da draußen ist? Es gibt einen Grund, warum keiner an die Oberfläche geht. Das ist gefährlich. Was wollen wir mit Jetpacks? Wenn wir das überleben, dann bring ich dich um. Okay, Bedingungen akzeptiert. Die Oberfläche. Es ist wunderschön hier. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Nehmt die und entfesselt euer volles Potential. Los, zeigen wir Ihnen, dass mehr in uns steckt, als man denkt. Wir können uns jetzt transformieren. Auf drei, eins. Es funktioniert. Wo ist mein Kopf? Muss ich auf irgendeinen Knopf drücken? Muscheln die Räder. Ich brauche Räder. Leute, das ist nicht gut. Wir haben diese Macht aus einem Grund. Nutzen wir sie. Wir stehen hier für eins. Und sind eins. Ich hab ne Kampfmaske. Die kann mein favoritischer Typ hier... Messerhände? Ich hab Messerhände. Ja, das seh ich. B, das sind nicht die Bösen. Wieso hast du die Tür zersäbelt? Was? Nein, die war schon vorher so. Stimmt's? Ja, das stimmt. Die war, ja. Die war schon vorher so. Die war schon so. Die war schon vorher so.